Jetzt habe ich eine Chance gelassen. Echt Katze heute? Ja, es wird ein Zimmel. Bisschen Narwin! Warte mal, die Bappen wollen. Mit dem scheiß Narwin. Oh fuck, ich hab gerade das Ladegrabel. Wow, da geht's todelstief rein. Hör doch. Der Mann, oder? Wer? Der Narwin. Der John... Singer? Nein, der andere. Schau, es ist kein Wrestling. Von so einem Film. Von so einem Film gibt es den John. Wie weißt du denn der? Ich kenn keinen John. Bis auf den John. Der war's mit John. Der gibt's ja auf dem Video, die ich spiele. John. John, nicht die Mörderbocken. Nein, das ist nicht John. Ich hab's halt mit der... John, der war's da... Ja, ich will euch heute zeigen... Kannst du bitte was tun? Mach den Weg doch. Nein. Ja, ich bin so sehr schauer. Aber jetzt muss ich da noch... Oh, dies. Ja, dann... Jetzt muss ich da noch... Kurzen Cut. Bis gleich. Ja, jetzt war's. Klar. Kurzen Cut. Und ja, jetzt tanze... Äh... Ja, ich tu da wahrscheinlich noch eine Musik dazu. Johnny Garden. Musik dazu oder so. Ja. Ja. Hm, 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 hm... Nachtgache, schwul, ach. Ich weiß nicht, was ich tatsch. Ich weiß es wieder. Schon. Dann... Dann... Kackenwurst. Der war halt nicht, oder? Wie wir den mal den Filma geschehen haben. Aber... Ich weiß doch was. Ja, schon. Verdammt, wie war's der Dreck, so, ich bin schiefen. Donn-Jugtus. Donn-Sack-Geröse. Ich verwandle mich, verwandlung, 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 verwandlung. Ja, ich bin jetzt hier der Krampus. Ich habe schöne Augen. Ja, ich werde euch Krampus überhaupt gar keinen Dreck zeigen. Tja, was geht auch halt ohne Fell? Oder nein, Minions-Rap. Ach, Adol! Machst du auch nicht die Moriose denn? Ich tu dann die Minions-Rap-Musik rein und dann... Ich mach den... Adol! Oh, la, meine Gau! Was ist der Dreck? Was ist der Dreck? Ich sag! Hm? Der eine oder... Haben wir's dir mal drüben Teil angeschaut? Da haben's... Da ist der eine oder den Krokodil eingefallen. Das ist der eine oder den Krokodil eingefallen. Das ist der eine oder den Krokodil eingefallen. Das ist der Läuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und abonniert! Abonniert mich bitte und seht mal endlich meine ganzen Videos. Weil immer, wenn ich am Morgen aufstehe, null aufrufe. Das fackt mich so an. Ich mach alles öffentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und abonniert mich. Und ja, bleibt dran am Apparat. Ja, seht mal. So. Wie ist das Green? Was ist? Ich muss ja nicht mehr dran sehen. Schon Karneval oder so. Ja, mein Saufen. Und ich zeig euch jetzt eine Sammlung meiner Kampusmasse. Die steht zum Verkauf, aber die kauft wahrscheinlich vielleicht jemand schon. Und jetzt weiß es wieder, wie er heißt. Indiana Jones. Und das ist meine Monster Energy Sammlung. Das ist der Monster Energy Grün. Der gelbe, der rote und ein Burden. Original. Die haben einen super geilen Geschmäck. Und ja, ich werde mehr trinken und dann in meine Sammlung stehen. So. Meine Matte. Es ist gerade ein bisschen kalt. Nein. Was trinken? So glaub ich. Ich hoffe, dass sehen sich ein paar Mädchen an. Ein paar kleine Buben und Mädchen und so. Zeug. Oh. Speicher. Ja, und dass ich jetzt. Hybrotisiert rüberkomme. Und ich werde so viele Videos nur wie es geht machen, dazu ihr euch entspannen könnt. Ich werde Longboard Touren, Radl Touren machen. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich kann auch Dragons Videos machen und zum Beispiel Clash of Clans Videos. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, kann ich euch als Video zeigen. Bitte seht ihr euch als unten. Like und abonniert. Tschüss.